Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Leute, was macht ihr auch hier? Yo, es ist Poppe Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin in Amerika aufgewacht. Ich... Wieso bin ich in Amerika? Leute, also wie gesagt, ich mache keinen Joke, man, an alle, die jetzt denken, das ist nicht Amerika. Doch, es ist Amerika, wirklich, nein. Wir können hier einfach mal gucken, Leute, seht ihr das Kennzeichen M, es ist Amerika, ja. Aber anscheinend ist das mein Haus. Ich habe zumindest einen Schlüssel dafür. Natürlich, okay, und das da hinten ist auch mein Auto und ich weiß nicht, was abgeht, ja. Leute, komm, wollt ihr mein neues Haus sehen, Mann? Wollt ihr mein neues Haus sehen, okay? Ich nehme euch jetzt einfach mit, Mann. Wir gehen jetzt zusammen in mein neues Haus, was ich mir gestern gekauft habe mit für 4,99 Euro in Ebay. Die Leute, ich bin so gespannt, Mann, okay. Denn dieses Haus gehört uns quasi für die nächsten eineinhalb Wochen, eine Woche, wie auch immer. Wir machen hier ein Trippion und das ist einfach meine Hood, hier bin ich aufgewachsen. Ich werde versuchen, in Amerika ein paar Videos mit euch zu machen, beziehungsweise für euch zu machen. Das ist ein bisschen schwer, weil ich halt so viel hier mache und deswegen es nicht ganz so leicht geht. Aber in einer Woche kommen auch wieder Daily Uploads, kein Stress, Mann. Gönnt mir die Pause, okay? Ich habe 50 Videos in letzter Zeit für euch rausgehauen. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich in Amerika ein paar Videos mache, dass ich euch mitnehme, dass ich euch was zeige, aber auch die Reaction-Videos und sonstiges mache, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann spätestens in ein paar Tagen wieder, denn ich cruise jetzt hier ganz gechillt. Einfach mal, weiß ich nicht, wo laufe ich hin? Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video, das ist nur ein kleines Update-Video für euch, deswegen haut rein, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ciao, haut rein, tschüss, auf Wiedersehen. Vielleicht ist es doch mein Haus und ich habe euch alle gerade nur geprankt, wer weiß. Moin.